Oh, 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 was geht ab ihr geilen Club Spurs herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Funde von Modern Warfare Remastered vielen Dank dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja ich spiel hier meine nächste Runde Multiplayer ich bin jetzt in meiner keine Ahnung wievielten Runde auf keinen Fall habe ich schon viele ich spiel Abschluss bestätigt auf Overgrown und bin tot Ich bin Level 9 bin ich okay ich habe hier bis fünf Spiele gespielt aber eins davon war hat auf dieser Container Map da shipment oder wie die heißt und Da habe ich viele kills gemacht weil die halt so mega eng ist Den habe ich echt gekriegt holy shit nein Ich dachte vor ihm stand alter Irgendwie fangen hier wieder alle angst zu snipen die Map kennen die übrigens Aus mw2 beziehungsweise aus mw2 videos Da ich ja eine youtube gruppe youtuber gruppe gerne sehe und die machen immer mw2 battles Wie kommt man denn da oben ran Lol Easy So erst mal flächen Hör da nämlich auch wat jawohl nee nee jawohl so erstmal drohnen daran holen so und dann sammeln wir hier jetzt mal die marke auf jawohl so moment ich will mal erst mal gucken kommt er hier durch doch das war so scheiße mensch das ärgert mich dass ich da gestorben bin so da sollte eigentlich einer kommen da ist er ach shit da habe ich ihn nicht gekriegt aber was soll's was soll's okay er hat ihn ist halt auch so eine richtig harte map war ja alles so verwuchert ist ja auch auf deutsch quasi aber weil hier alles so weil hier halt vieles los ist und die farbtöne nicht unterschiedlich sind unbedingt du bleib hier ernsthaft du scheiß nigger hat er mir die marke geklaut so da ist nichts hallo ich habe jedoch auch irgendwo einen roten punkt gesehen gehabt vorhin auf ein radar der rote punkt der menstruation jawohl scheiß auf deinen juggernaut aller ich mach dich trotzdem weg nein ist 1918 steht warum mein linkes auge tut gerade ein bisschen weh war scheiße Teil das ist Behinderung da ist entschieden sie haben mein linkes auge und auge manipuliert weh weh easy absolut kein problem junge oh oh weh helikopter so hallo möchte jemand in mein geschütz rennen komm schon komm schon irgendjemand will doch komm schon ach man dann halt nicht da sehe ich einen nein ich habe ich nicht gekriegt scheiße der braucht wahrscheinlich nur noch eine kugel oder so ist doch zum kotzen so komm hier runter wow alles klar da sind viele sniper mit denen lege ich mich jetzt nicht an Moment mal die werden hier gleich vorgerückt kommen weh 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 scheiße ich wollte mir gerade die sniper holen und dann da snipen so komm zeig dich was war das denn jetzt alter war das eine granate so oben und unten da Moment ich habe hier gerade jemanden laufen sehen Alter was ist hier los da jawolle nicht mit mir jawohl so ich rück mal vor flash jawohl die hat gesessen so hier haben wir was schönes oh oh nope sir nein ah kam die einfach direkt von der anderen seite dann lol okay das ist mir auch noch nicht passiert da ich da durch ein loch gefallen bin die haben auch eine drohne ne ja scheiße man wie sie alles snipen hier und er guckt nicht auf die minimap finde ich gut wow shit nope nein nein ah 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 mein bein ich glaube ich habe mehr probleme als nur mein bein ähm so ich lüge dir mal rüber hallo ich würde eigentlich gerne auch mal mit einer piste spielen die ich auch nie in seit äh ghost in mein inventar mit drin hatte weil das halt auch ein slot immer mitgenommen hat gut die wurde mir nicht mal angezeigt die granate ähm man hatte halt ab ghost immer nur diese zehn slots die man benutzen konnte äh da waren halt perks mit drin und äh die waffe und aufsätze und alles und ja da habe ich mich halt auf die hauptwaffe konzentriert mit perks und hab dann auf pistole und granate geschissen so kannst du mal abhauen danke so jawohl outplayed jawohl nein oh werde ich fast das komplette scharf schützen lässt er ausgeben alter nein mama bitte ich will nicht sterben ok danke moment mal was ist das ist das die russische cola oh shit granate granate hierher so da habe ich gerade irgendwie das obere teil vom fenster ins gesicht bekommen habe ich mir voll den kopf gestoßen ich erinnere jetzt einfach mal lebensmüde mit einer pistol rein nein oh wie viel leben hat er noch ok der hat noch viel leben scheiße ja ich sollte nicht vorzugsweise mit der pistole spielen so ich mag die ak die stark die ist präzise so einfach mal zwei marken hier gerade geholt fürs team ich sehe gerade wir kriegen hart auf den deckel 36 zu 60 wer spielt denn hier so scheiße wahrscheinlich ich nein ich hätte messern müssen ne ich bin erster aus dem team 12 bestätigt ich muss mich da halt noch dran gewöhnen dass ich ein cod one hit messer von vorne machen kann das ist äh nämlich seit advanced warfare ist das glaube ich nicht mehr ne oder ich weiß es gerade gar nicht ah 37 zu 65 schade da hätte er erst nach links gucken sollen so 1914 zwölf abschüsse bestätigt null verwirrt ja auch der gegner team erste 148 stand er heilige scheiße alter so wir haben kein level abgekriegt na das ist hier halt ein bisschen schwieriger wieder denn in den alten cods da ist man echt langsamer gestiegen wenn ich mich an mw3 erinnere wie lange ich da gebraucht habe für ein level ne da finde ich die andere geiler so aber ich verabschiede mich hier jetzt ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würde ich mich sehr über ein like freuen und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten video tschüss